hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen neuzugänge video ja ich habe die neuzugänge aus dem monat april für euch und es sind zehn print exemplare und ein ebook das ebook hat auch eine ganz bestimmte bewandtnis aber das erzähle ich gleich ich würde sagen wir starten direkt mit dem ersten buch das da wäre das unglaubliche leben des wallace brice das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt ist nicht der zweite band der mr panaceos 3 das musste mir auch die evie sagen ja klugscheißer modus an ich lese ja aktuell gerade mr panaceos mit der tatjana und mit der laura und evie ist auch noch mit in der gruppe und feiert das ganze dass sie daran teilhaben darf wie wir zum ersten mal eins ihrer lieblingsbücher lesen quasi ja in da fällt mir wieder das poster entgegen evie habe es gelernt ist ein poster in bollis bryce geht es bekanntermaßen um wallace bryce und ich erzähle euch am besten davon indem ich euch die klappentext vorlese das war jetzt total umständlich aber ihr wisst was ich meine manchmal ist das ende erst der anfang als der erfolgsverwöhnte anwalt wallace bryce eines tagestod umfeld landet er in der zwischenwelt dort erwartet ihn der wächter hugo der wallace auf seiner reise ins jenseits vorbereiten soll doch wallace ist noch nicht bereit für die ewigkeit und so wird ihm zeit gewährt um seine angelegenheiten zu ordnen zeit in der wallace den wahren sinn des lebens entdeckt und die liebe findet ich bin schon sehr gespannt die meinungen bei bookstagram gehen da ein bisschen auseinander und ich lasse mich einfach mal überraschen zu wem ich tendiere das nächste buch habt ihr in meinem wichtel paket schon entdeckt beziehungsweise in meinem wichtel paket video oster edition the dream of us von ivy casey oder ivy kazi gerne sagen wie der name ausgesprochen wird ich habe nämlich absolut keine ahnung ja das buch habe ich in der wichte runde bekommen ich hatte es auf meiner amazon wunschliste da setze ich ja immer alles mögliche drauf was mir gerade in den sinn kommt und wir sollten eigentlich zwei bis drei wunschbücher nennen in unserem steckbrief aber ich habe halt gesagt ich schicke jetzt einfach die amazon wunschliste mit dann kann die oder derjenige sich einfach was aussuchen und ja alles was da drauf ist macht mir ja auch dann eine freude da sind auch funkos drauf da sind auch manchmal bastel materialien drauf die ich halt für meinen shop oder so gerne nutzen möchte oder 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 das heißt der oder diejenige hätte halt auch eine funko figur kaufen können wenn sie das gewollt hat ja ich finde diese wichtige runden immer ganz witzig ich verlinke euch unten auch noch mal den kanal wir werden nämlich denke ich demnächst noch mal eine runde starten so wenn es in richtung mai juni geht wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und dann könnte es sein dass ich euch bewegt will ich erzähle euch jetzt mal um was ist hier in dem buch geht deshalb sind wir auch heute da was wenn ein traum der großen liebe im weg steht julie sammers ist cheerleaderin mit leib und seele daher ist es auch ihr größter traum nach dem college abschluss einen platz bei den cheerleadern eines erfolgreichen mfl teams zu ergattern doch dort gilt eine strenge regel wer einen footballspieler datet fliegt raus bisher war die vorschrift kein problem für julie bis sie den neuen college quarterback andrew mcdaniels kennen lernt tru löst mit nur einem blick gefühle in ihr aus die sie so noch nie empfunden hat und jedes mal wenn die beiden sich treffen wird das prickeln zwischen ihnen stärker aber ist die möglichkeit einer zukunft mit tru es wert ihren traum aufzugeben ich habe schon lange nichts mehr mit football und co gelesen deshalb denke ich dass ich vielleicht sogar im mai das projekt schon angehen werde kommen wir zu einem buch das ich quasi heute beginnen werde in einem buddy read die lichtgeborene von pyran beermann ein rezensionsexemplar von einem self publisher ich habe jemanden gefunden der das buch auch hat die das buch auch hat und wir werden das gemeinsam lesen ich mache jetzt sobald ich fertig bin mit tränen auch unsere lese abschnitte und dann bin ich schon ganz ganz gespannt wie uns die geschichte gefallen wird und vor allem bin ich gespannt was diese maus hier vorne für eine bewandtnis hat ob die da auch im buch irgendwo auftaucht oder warum die auf dem cover abgedrückt ist es geht nämlich laut klappentext nicht um mäuse durch licht geboren vom schatten bewacht hardes erwählt trick sie zur lichtgeborenen so gerät sie in einen uralten kampf der unterwelt sie wird zur zielscheibe für die dunkelschatten die ihr die lebensenergie rauben wollen zum glück für trick sie will es das schicksal so dass sie von einem hellschatten beschützt wird in ihrem fall der attraktive dennis für den sie schon bald gefühle entwickelt doch hat ihre liebe in diesem grausamen spiel eine chance ich frage mich was hat es mit der maus auf sich hashtag wozu die maus ich sag's euch dann hat mich noch ein rezensionsexemplar von einer selfpublishing erreicht von kathleen stafford nämlich zwischeneinander ich weiß dass es um eine lgbtq thematik geht und auch ein bisschen um selbstfindung das waren eigentlich so die zwei argumente warum ich das buch auch angenommen habe weil mich ja gerade diese kombination aus beidem doch sehr gecatcht hat nachdem ich eben someday someday zum beispiel gelesen habe oder love with pride und ich erzähle ich jetzt einfach mal um was es hier genau geht was wenn die liebe vor einem steht aber man nicht bereit dafür ist wird sie setzt alles daran seinem eigenen glück im weg zu stehen doch muss er wirklich erst sich selbst lieben um von anderem geliebt zu werden die beziehung mit maxi kann richie nur anfangs genießen denn unentwegt wartet er auf das ende von dem richie sicher ist dass es früher oder später kommen wird keine liebe ist wie die andere und nichts neues kann wachsen solange das herz und die seele noch mit dem unkraut der vergangenheit bewuchert sind aber er kennt auch richie das früh genug ich bin sehr gespannt und hoffe dass es weniger gejammer ist was er da mit sich ausmacht sondern dass er da quasi gestärkt aus dem ganzen raus geht und wirklich so ein richtig schöner weg der selbstfindung erzählt wird die nächsten fünf bücher stammen alle aus einer medimobs bestellung die ich getätigt habe ich habe zuerst überlegt ob ich euch dazu auch extra ein unpacking video mache aber habe dann gedacht du hast den monat gar nicht so viele bücher bestellt das lohnt sich dann vielleicht nicht mit fünf büchern an pecking zu machen und dann mit den gleichen büchern plus noch fünf anderen neuzugänge video zu machen daher habe ich es einfach gelassen und zeigt euch jetzt was ich bei medimobs bestellt das war nämlich einmal diese reihe es war eine reine reihenbestellung quasi diese reihe habe ich mir komplett gekauft das ist einmal sweet at heart der zweite band und sweet like you der erste band der reihe und aus dem hause kiss kommen die bücher wie immer ich fülle endlich mein kiss regal weiter auf es geht um eine stadt honey sprigs in der wie der namen schon sagt honig eine sehr sehr große rolle spielt im ersten band begleiten wir kassie wilkerson und im zweiten band begleiten wir patrick manning wusste ich auch nicht was da um den mann geht ja ich lese euch die klappentexte vor und sie sind echt so süß wie honig wortwitz honey springs ist eine kleine stadt in kalifornien die für den dort hergestellten honig bekannt für kassie wilkerson ist es der ort an dem sie sich das erste mal verliebte doch das ist lange her inzwischen lebt sie in new york kehrt nur für die testamentseröffnung ihrer tante zurück doch anstatt wie erwartet irgendeine kleinigkeit zu erben ist sie plötzlich besitzerin einer farm samt im gerei und soll dem noch soll zudem noch für drei wochen das amt ihrer verstorbenen tante als bürgermeisterin übernehmen bitte was kassie kann nicht bleiben sie hat einen job in new york und sie hat angst vor bienen verdammt noch mal aber um ihre tante will um ihrer tante will lässt sie sich auf die drei wochen ein schließlich hat sie hilfe zum beispiel von nick porter damals ihr erster freundin heute der chef imger ihrer farm klingt auf jeden fall sehr 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 lustig und in band 2 geht es auch um die stadt honey springs wie unerwartet in der kleinen kalifornischen stadt honey springs dreht sich alles um honig vom buchladen der book b ich wäre so gern in diesem buchladen ich sag's euch bis zur baseballmannschaft der schule den honey hornets alle sind stolz auf das besondere markenzeichen ihrer stadt und zeigen das auch nur einer nicht patrick manning der besitzer des coffeeshops weigert sich beharrlich seinem geschäft einen honig inspirierten namen zu geben und das ärgert madison porter die assistentin der bürgermeisterin jeden tag aufs neue vor allem weil sie in dem laden selbst eine eisdealer eröffnen wollte und patrick ihr die immobilie vor der nase weggeschnappt hat der kerl ist einfach unausstehlich daran ändert auch nichts dass ihr herz jedes mal einen kleinen hüpfer macht wenn sie sich streiten ganz ehrlich wenn ich das so lese jeder der gilmer girls gesehen hat muss da nicht jeder von euch an luke denken luke und taylor der im laden nebendran eine eisdeale eröffnet hat ja also könnte sehr sehr witzig werden die reihe ich freue mich da auch schon arg drauf ich denke die hebe ich mir auch so für den sommer wenn ich dann im garten liege maler schön entspannt irgendwas spielt und ich würde dann diese reihe genehmigen können dann habe ich sowohl eine neue reihe begonnen wie auch eine andere aufgefüllt also komplett abgeschlossen sage ich jetzt mal so ich zeige euch jetzt erstmal welche ich abgeschlossen habe das ist nämlich die elfenkrone reihe einmal elfen könig und elfen thron und der erste band heißt der elfenkrone der steht schon da im regal den habe ich auch schon gelesen eigentlich in der leserunde und eigentlich wollten wir die auch weiterlesen aber die liebe vanessa kommt momentan nicht dazu und konnte dementsprechend oder wollte dann nicht mehr in der leserunde mitmachen und da habe ich sie gefragt ob wir sie dann einfach zusammen lesen wollen zu zweit wenn es dann soweit ist dass sie wieder zeit hat es ist ja nicht so dass ich zu wenig bücher hätte nur es hat mir halt super viel spaß gemacht gerade in der leserunde mich mit ihr auszutauschen dementsprechend werde ich die reihe dann mit ihr auch weiter lesen ich kann euch jetzt natürlich nicht die klappentexte der zwei bücher vorlesen weil ich euch dann quasi spoilern würde was im ersten band passiert das soll ja jeder selbst lesen aber ich kann euch erzählen um was es in band 1 geht oder um was es allgemein geht wir begleiten nämlich jude ihre zwillingsschwester und eigentlich ihre andere schwester die quasi zu ihrem vater ziehen müssen bzw zum vater der nicht zwillingsschwester die haben unterschiedliche väter und ja als mensch im elfenreich hat man es halt einfach nicht so einfach mal wird total verpönt man wird als schmutziges wesen betitelt als schwach und ja jude ist halt so eine kleine badass protagonistin die halt den ganzen laden bisschen aufmischt was das ist einfach mal so stehen und dann habe ich noch eine reihe neu angefangen nämlich die night reihe von lena kiefer wie ihr wisst habe ich ja gerade die ophelia scale bücher weg gesuchtet und hoffe einfach drauf dass mir die night reihe genauso gut gefällt vor allem weil ich halt auch ein riesen fan von der thematik mit merlin und ritter der tafelrunde etc bin und darum soll es immerhin hier gehen verrate niemandem wozu du fähig bist oder es wird dich das leben kosten die 18 jährige charlotte stuart tut alles dafür ihre gabe geheim zu halten denn sie weiß wenn ihre fähigkeiten in die falschen hände geraten könnten da könnte das der untergang der welt bedeuten doch dann macht plötzlich jemand jagd auf charlotte und sie muss aus london verschwinden auf ihrer flucht läuft sie ausgerechnet der organisation in die arme vor der sie sich jahrelang versteckt hat den nights of the round table die nachfahren der ritter der tafelrunde und verfügen selbst über besondere gaben und charlotte misstraut ihnen zutiefst dennoch bleibt ihr keine wahl als sich mit den nights zu verbünden allen voran mit noel mayfield einem lancelot erben der in ihr unerwartete gefühle weckt und mit dem sie ein gefährliches schicksal verbindet da ist ja jetzt auch band zwei erschienen oder erscheint jetzt gerade bald ich bin mir gerade nicht sicher ich glaube mai erscheint er steinigt mich ja wieder der tafelrunde mega spannendes thema und vielleicht warte ich bis der zweite band erscheint damit ich sie beide zusammen lesen kann dann last but not least das letzte print exemplar ist gerade gestern hier ein trudelt truth bist du bereit für die wahrheit das habe ich euch ja auch schon in meinem book news zweites quartal 2022 video das kann ich euch gerne noch mal hier verlinken vorgestellt das buch wollte ich mir so oder so kaufen weil alle bücher die ich euch in diesem video vorstelle sprechen mich an und möchten von mir gelesen werden aber ich habe glück gehabt ich habe nämlich bei der blogger türi das buch quasi gewonnen und werde es dementsprechend auch jetzt im mai ich muss mal legen welcher monat kommt im mai lesen es geht hier nämlich um schul und es heißt als schul das grab ihres großen bruders melan besucht kann sie nicht fassen was dort steht jemand hat in der es geht nämlich um schul und zwar als schul das grab ihres großen bruders milan besucht kann sie nicht fassen was sie dort sieht jemand hat in die frische erde truth plus der gleich wahrheit geschrieben milan liebte dieses spiel und war bei youtube für seine waghalsigen videos bekannt dann erhält schul auch noch eine trauer karte mit einem erschütterten mit einer erschütternden botschaft wenn sie wissen möchte wie ihr bruder wirklich gestorben ist muss sie muss auch sie sich auf eine mutprobe einlassen so will ich ein doch es bleibt nicht nur bei einer aufgabe und schon bald werden die herausforderungen immer makaber wer steckt bloß dahinter schul hat keine wahl sie muss mitspielen sonst gerät nicht nur sie sondern ihre ganze familie in tödliche gefahr truth bist du bereit für die wahrheit ich weiß übrigens immer noch nicht wie man die autorin ausspricht wenn es einer von euch weiß dann bitte mal an mich weiterleiten oder in die kommentare schreiben und last but not least habe ich euch ja gesagt habe ich noch ein ebook gekauft dabei handelt es sich um prison city 2 das muss ich euch jetzt nicht mehr hochhalten das bin ich auch aktuell immer noch am lesen ich bin jetzt auf den letzten 200 seiten das wird spannend 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 von daher werde ich wahrscheinlich den restlichen tag damit verbringen das buch zu beenden weil ich wissen will wie es ausgeht und ja dann die lichtbringerin beginnen ja warum habe ich mir das ebook gekauft obwohl es so ein cash grab ist weil ich nicht gespoilert werden möchte ich habe jetzt noch eine freundin zu verzeichnen die auf instagram gespoilert wurde was in prison city 2 passiert und ich weiß nicht warum bei diesen büchern man nicht einfach mal die füße stillhalten kann man kann ja sagen dass man das buch gelesen hat man kann auch sagen dass es einem gefallen hat aber warum muss man verschiedene spoiler es gibt so vier fünf spoiler und plot twist mit denen man nicht rechnet und es werden wahrscheinlich in den letzten zwei seiten noch welche kommen warum muss man die auf instagram verbreiten oder im internet verbreiten wenn man doch weiß dass das buch als hardcover erst im juni rauskommt und ganz viele leute das erst im juni kaufen weil das buch 24 euro kostet und das ebook ich bin stört ich weiß das kostet 18 euro das sind 17 oder 18 euro dafür dass man das buch dann im juni auch noch mal kauft das ist reine geldmacher rei aber wir sind gestört wir kaufen das trotzdem weil wir wissen wollen wie es weitergeht und weil wir angst haben dass wir gespoilert werden ihr wisst was ich meine ich hasse mich selbst dafür leute ich hasse mich wirklich selbst dafür dass ich mir das ebook gekauft habe und dann freue ich mich aber auch dass ich das buch gekauft habe versteht ihr das ja ihr wisst ja wie es ist ja gaga aber wir wären alle nicht hier wenn wir nicht so wären mit diesen worten verabschiede ich mich jetzt von euch wünsche euch noch einen wunderschönen tag und hoffe ihr schaltet auch beim nächsten mal wieder ein tschüss